Hi ihr Lieben, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch und zwar meine Wunschliste. Ich habe mir zehn Bücher rausgesucht, die ich unbedingt haben muss und das ist schon ein bisschen viel. Ich habe auf meiner Amazon Wunschliste jetzt 95 Bücher und das sind dann auch immer nur gerade die Folgebände, die ich brauche. Wenn ich überlege, dass es teilweise bis fünf Fortsetzungen gibt von einer Reihe, will ich eigentlich noch ganz, ganz viele Bücher haben. Ich will nicht drüber nachdenken. Fangen wir doch mit dem ersten Buch einfach mal an und das Buch wollte ich schon länger haben. Ich hatte damals in der Glossybox, das ist jetzt hier so Beauty-Kram, da gibt es ganz viel Schminke, habe ich früher mal abonniert gehabt und da war dann auch eine Leseprobe von Plötzlich Fee drin und seitdem wollte ich dieses Buch eigentlich immer mal wieder gerne lesen und das Ganze hat sich noch mehr verstärkt, seitdem es auch ganz viele Rezensionen dazu gibt und in ganz vielen Regaltouren halt auch dieses Buch zu finden ist. Ich weiß nur, dass es halt irgendwie um eine Fee geht, beziehungsweise dass diese Person in eine Feenfamilie gehört und das würde mich schon mal interessieren, so in die Feenwelt eintauchen und ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt, das ist ja auch ein Buch, was wieder viele Folgebände mit sich zieht, aber das würde ich schon sehr gerne lesen. Ich sollte vielleicht nicht mehr nach hier rutschen, weil ich ja Bücher einblenden muss. Dann habe ich als nächstes etwas leichteres, kein Rockstar für eine Nacht. Generell diese ganze Rockstar-Reihe interessiert mich wirklich schon ein bisschen. In diesem Teil hier geht es zum Beispiel um unsere Hauptperson, die am nächsten Morgen in Las Vegas plötzlich neben einem Typen aufwacht, neben einem Rockstar und plötzlich merkt, scheiße, wir sind verheiratet. Und das ist einfach so etwas lockerflockiges, finde ich, was bestimmt ziemlich interessant ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das ziemlich interessant finde. Und deswegen gehört diese ganze Rockstar-Reihe auch unbedingt auf meine Wunschliste. Und diese Reihe möchte ich natürlich starten mit kein Rockstar für eine Nacht. Ein Buch, wo sich die Geister wirklich scheiden, ist Silber. Ich möchte Silber unbedingt lesen, da ich Kerstin Gier eigentlich richtig klasse finde. Ich bin ein Riesenfan der Edelstein-Trilogie gewesen. Und das kann auch ruhig mit Silber fortgeführt werden. Das Problem ist, ich habe halt wirklich verschiedene Meinungen gehört. Die einen lieben Silber, die anderen finden es richtig schlecht, beziehungsweise teilweise schlecht geschrieben. Und da ich mir halt gerne selber meine Meinung bilden möchte, gehört Silber auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Und das ist jetzt hier Band 1 und mal gucken, wann das mal auf meinem Sub landet. Als nächstes habe ich Monday Club von Christina Kuhn. Ich muss gestehen, ich habe noch kein Buch von Christina Kuhn gelesen und ich denke, es wird ab sofort echt mal Zeit, dass ich das nachhole. Monday Club wurde von sehr, sehr vielen sehr hoch gelobt. Und da es so ein bisschen diese Vermischung von Realität und Fantasie gehen soll, würde mich das ganz gerne mal interessieren, da ich schon mal ähnliche Bücher hatte, die so ein bisschen Mischi-Maschi waren und ich da jetzt nicht ganz so den Flow reingefunden habe, wollte ich es mal mit diesem Buch versuchen, ob das meine Meinung zu dieser Schreibart verändern kann. Und vielleicht gefällt es mir ja doch ganz gut. Und darum Monday Club von Christina Kuhn. Dann habe ich Magisterium. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ganz interessant sein, da das Ganze so in die Richtung Harry Potter gehen soll, nämlich mit zwölfjähriger Junge, Zauberschule etc. Und da wollte ich mir gerne mal das so durchgucken, weil ich die Harry Potter-Geschichten eigentlich auch ziemlich cool finde und ich gerne wissen möchte, inwiefern sich das denn von Harry Potter unterscheidet. Und da gibt es ja auch schon mehrere Bände, allerdings fange ich natürlich mit dem ersten an, chronologisch. Und Magisterium, ja, muss irgendwann auch mal ran. Dann habe ich als nächstes das Juwel. Da bin ich mir noch unschlüssig, nicht, ob mir die Thematik überhaupt zusagen wird. Allerdings hört sich das bis jetzt ganz interessant an. Irgendwie soll sie ja Leihmutter sein und lebt in einem goldenen Käfig. Und ich bin mir unsicher, das ganze Thema Leihmutter. Allerdings schwärmen auch viele von diesem Buch und deswegen werde ich mir das auf jeden Fall auch mal holen müssen. Abgesehen davon ist es lila und es sieht wunderschön aus. Es tut mir leid, aber es sieht einfach mega geil aus. Das ist das Cover. Ich bin da so ein kleines Verpackungsopfer. Fast wie bei Schminke. Soweit es schön aussieht, muss ich es haben. Kommen wir jetzt zu einem Buch, was ich erst kürzlich überhaupt bei ganz vielen als Rezensionen gefunden habe. Und zwar Jacoby. Jacoby ist jetzt ein bisschen anders als die anderen Bücher, die ich vorgestellt habe, da es eher so ein bisschen Krimi ist und leicht in die Sherlock Holmes-Ecke gehen soll. Mit ein bisschen Übernatürlichem. Und ich finde, das hört sich einfach mega genial an, denn ich liebe Sherlock Holmes und diese ganze Thematik. Und wenn es noch ein bisschen in das Mysteriöse mit reingeht und Zauberwelt, dann könnte das bestimmt ganz, ganz gut sein. Und die Leute, bei denen ich eine Rezension gelesen habe, die waren auch alle positiv davon angetan. Und deswegen hoffe ich, dass es mich genauso erfreut. Und Jacoby ist auf jeden Fall ein Buch, was ich noch weiter oben auf dieser Wunschliste habe. Kommen wir jetzt zu der nächsten Enthüllung. Und zwar, ich habe noch nie ein Buch von Colleen Hoover gelesen. Und ich weiß, da werden mich jetzt ein paar von euch am liebsten steinigen wollen, aber es ist leider so. Ich habe noch kein Buch von ihr gelesen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eins genommen, und zwar Maybe Someday. Weil ich wusste nicht, mit welchem Buch ich wirklich starten sollte, wenn ich jetzt bei Colleen Hoover einsteigen möchte. Und habe mich jetzt einfach für Maybe Someday entschieden, weil das viele von euch und von den YouTubern auch schon gelesen haben und das eigentlich ganz gut fanden. Andere wiederum haben gesagt, das ist nicht so ihr stärkster Band, aber ich habe jetzt echt keine Ahnung, weil da so viele verschiedene Meinungen zu herrschen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, welches Buch man vielleicht als erstes von ihr lesen könnte, wo ihr sagt, das ist ein guter Einstieg. Ansonsten bleibt jetzt erstmal bei Maybe Someday. Kommen wir jetzt endlich mal zu einem Folgeband. Und zwar zu einem Buch, wo ich den ersten Band schon gelesen habe. Und zwar geht es um Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Und ich fand dieses Buch richtig, richtig gut. Es hatte am Anfang ein paar Schlenker auf, wo ich nicht wirklich reinkam. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Und deswegen möchte ich auch gerne den zweiten Band lesen, und zwar Wo die Nacht beginnt. Ich möchte so gerne wissen, wie es mit Diana und Matthew weitergeht. Ich habe noch genau im Kopf, worum es in diesem Buch geht. Und das ist so eines der ersten Bücher, die ich auch überhaupt in meiner Booktuber-Karriere hier gelesen habe. Darum möchte ich auf jeden Fall auch noch Band 2 haben. Ich glaube, es gibt sogar noch einen dritten Band. Ja, da habe ich wieder ein bisschen was zu tun. Aber das Buch kann ich euch übrigens auch empfehlen, wenn ihr so auf Vampire und Hexen steht, aber nicht so klischeehafte Hexen und Vampire. Darum fand ich das eigentlich ganz cool. Und jetzt last but not least habe ich ein Buch, was ich erst heute wirklich in diese Liste noch reingepackt habe. Denn eigentlich wollte ich Black Blade, der zweite Teil, reinpacken. Aber den habe ich mir jetzt schon gekauft. Und da habe ich die Liste aktualisiert und mich für die rote Königin entschieden. Das liegt daran, dass auch viele dieses Buch richtig toll finden. Zuletzt habe ich es, glaube ich, bei Paddy gesehen. Und das hört sich einfach mega interessant an, dieses Buch. Es gibt nämlich Menschen, die haben rotes Blut und welche, die haben silbernes Blut. Und die silbernen stehen wohl höher als die roten, da sie auch irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben und die roten nicht. Aber wie es so oft dann ist, bei unserer Hauptperson, die ein rotes Blut hat, hat wohl doch irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten. Und das gibt natürlich wieder mega viel Krach, weil die wollen ja nicht, dass da so ein Aufstand herrscht und das Rote auch irgendwie so wie die silbernen sind. Und das interessiert mich wirklich wahnsinnig. Da gibt es ja auch schon wieder Folgebänder, irgendwas mit einem Schwert oder so. Das gläserne Schwert, glaube ich. Und das würde mich einfach mega interessieren. Darum ist das Buch auf jeden Fall jetzt auf meiner Wunschliste. Und das musste einfach rein. Ohne Witz. Kein anderes Buch hätte es jetzt besser in diese Liste noch geschafft. So, das waren jetzt auch meine zehn Bücher, die ich unbedingt dieses Jahr noch haben möchte. Also wenn es nach mir geht, würde ich sie dieses Jahr alle noch holen. Ihr könnt mir gerne wie immer in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr schon gelesen habt, welche ihr empfehlen könnt. Und wie gesagt, alle Colleen Hoover-Empfehlungen bitte gerne in die Kommentare. Ich bin da sowas von Neuling und Unerfahren. Und eure Hilfe ist da immer sehr, sehr viel wert. Denn ich zähle auf eure Meinung. Ganz doll. Damit verabschiede ich mich jetzt bei euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Sonst lasst einfach ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.